Hallöle, da sind wir wieder. Der Freezy, der schweigt. Diesmal habe ich es geschafft. Du hast es geschafft? Ja, rechtzeitig auf Aufnahme zu drücken. Aber ich habe doch angezählt. Ja, ist ja auch geschafft. Komm mir mal zu. Jetzt haben wir es erst mal kapiert, wie du es meinst. Kaufe dir mal Internet. Internet? Haben wir nicht. Kostet zu viel. Kaufe dir mal eine Tüte Wochenendgeschwindigkeit. Oh, das wäre so toll. Ja, fände sie geil, ne? Ja. Das fände ich richtig geil, ey. Ja, ja. Der liebe Mayroth fährt mir gerade ein. Hier, unser Star Wars-Kompagnon hat letztens das letzte Kapitel von Star Wars aufgenommen. Komplett. Und habe mich dann ganz nervt angerufen und gesagt, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Habe ich das ganze Kapitel aufgenommen und habe vergessen, vorher die Festplatte anzustöpseln. Oh, nein. Mann, 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 Mann. Jetzt war alles für umsonst. Oh, 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 oh. Ich bin gegen eine Betonhecke gefahren, die mir 26% Schaden eingeheimst hat und bei meinen 16 Tonnen Karotten 2% Schaden. Verdammte Axt. Das ist eine geile Betonhecke. Ja, ich bin gegen eine Hecke gefahren und die war so stark, dass sie nicht nachgegeben hat und ich gleich enormen Schaden gefahren bin. Na, so wird das hier aber nichts mit Hangar, ihrem neuen LKW, wenn ich hier gegen Betonhecken fahre. Nee. Aber so wirklich nicht. Jetzt konzentriere dich mal. Ja, echt, ey. Ich bin in Luxemburg. Gibt es da Luxemburg? Ich glaube, ja. Ich kann ja mal anhalten, niemanden fragen. Fahrradfahrer habe ich keine gesehen, aber Fußgänger. Ich bin auf Ah, jetzt zeigt es mir das richtig an, auf der Map, wo Dresden liegt. Ja, vorhin hat es mir Dresden so die Ecke von Dortmund und Düsseldorf und Köln gezeigt. Ja. Sag ja, im Westen von Berlin, äh, Westen von Deutschland. Berlin. Ich weiß noch gar nicht, wie ich zum Kino komme. Scheiße. Ich habe gar keine Gedanken darüber gemacht. Wieso? Ich denke, das... Was denkst du? Ich denke, das ist direkt bei dir in der Nähe, hast du gesagt, oder? Eine halbe Stunde mit Fahrrad. Ich bin nicht so gut mit Atmen gerade. Hast du nicht gesagt, du guckst direkt auf den Alex, wenn du bei dir aus dem Fenster guckst? Ja. Na ja, direkt auf dem Alex nicht. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich den Fernsehturm. Aber ich weiß nicht, wie viele die sind. Ja, der Fernsehturm ist direkt auf dem Alex. Gibt es noch einen Funkturm, ne? Ist natürlich woanders. Ja, der ist auf der Messe. Ja. Ich ziehe, ich ziehe. Aha, so. Und dann darf es, ach, ich kann mich nicht so aus. Fährst du einfach mit dem Bus. Habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich muss mir nachher erstmal eine Verbindung raussuchen, ob der überhaupt ein Bus hinfährt. Also ohne Umsteigen komme ich sowieso nicht hin. Steigst du halt um? Ich steige nicht gerne. Warum nicht? Macht mir keinen Spaß. Tja. Ich überlege ja trotzdem mit dem Fahrrad zu fahren, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Du sprichst in Rätseln. Eine Frau fährt nach Polen und zurück und sagt, jo, jo, eine halbe Stunde ist zu viel. Naja, ich bin ja erkältet und alleine hier beim Sitzen merke ich, dass ich, also ich kann nicht tief einatmen, ohne dass mir die Lunge sticht. Und, ähm, wenn ich halt schon im Sitzen nicht richtig atmen kann, wie soll's denn auf dem Fahrrad sein? Weißt du? Aber mir blutet halt das Herz, wenn ich dran denken muss, äh, mit dem Öffi zu fahren. Das ist halt so. Muss ich ja Geld ausgeben für das öffentliche Verkehrsmittel. Dann hab ich ja mal gar keine Lust drauf. Steck den so hingern mein Geld in den Rachen. Ja, so teuer kann's schon nicht werden, oder? Hm, was würde mich das kosten? 5 Euro, was? Ne, 2 Euro, wie warten das, 2,40 oder so, eine Karte? Und zurück muss ich ja auch noch kommen, also 5,4,80. Also bei uns ist Kurzstrecke 1,90, 2,40 ist irgendwie... Ja, aber Kurzstrecke reicht nicht. Ja, dann musst du halt schwarz fahren. Und wenn Kontroll... Ne, das mach ich nicht. Oh, dann passt das schon irgendwie nicht. Ne, das mach ich nicht. Ja, aber die Gefahr wäre natürlich, wenn du mit dem Fahrrad fährst, dass du dann auch noch kränker wirst. Das ist natürlich nicht so schön. Das wäre richtig scheiße. Und Kino ist ja meistens wieder auch richtig relaxed, ne? So Klimaanlage und so. Ja. Kommt denn nicht was Schönes im Fernsehen heute? Ich schau kein Fernsehen. Und das rechne ich alleine. Ja, dann ruf doch den Buddha an. Sagst du, Buddha, ich bin krank, komm her und leiste mir Gefährdungsgesellschaft. Oh Gott. Jeder Buddha hat jede Zeit. Und dann sagt er in seiner unnachahmlichen Art, mach deinen Scheß doch alleine. Ja, das kann auch gut sein. So stecke ich mich ja nur bei dir an. Ne, geh weg. So was kommt dann. Mein Gedanke war ja, kurzzeitig den Buddha zu besuchen über Pfingsten. Und Fahrrad, natürlich. Natürlich, was sonst? Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Ja. Ich hatte einfach keine Zeit für dich. Böser. Ne, der ist nicht da. Ach, jetzt muss ich hier 40 fahren. Ach ja, früher war das bei Pfingsten. Das war immer, da war immer was los. Ja? Hm. Immer. Jedes Jahr. Da war fängst du im Europapark. Manchmal war man aufs Feldrandballturnier. Ja, wobei das Handballturnier noch vorgeschoben war, da ging es eigentlich nur um Saufen und Grillen. Erstmal nebensächlich. Ich hab dich ranke kaputt gemacht. Bam, bam, bam. Ich hab aus Pfingsten nie irgendwas Besonderes gemacht. Ja, wir haben das nicht gemacht wegen Pfingsten an sich, sondern wegen langes Wochenende. Ja. Na, ich wollte eigentlich Pfingsten über Pfingsten wegfahren. Zu meinen Eltern. Aber diesen Arbeiten, dann bringt mir das nichts. Was? Weil kann ich auch zu Hause bleiben und mir eine leere Wohnung anschauen. Ist auch übel. Arbeiten an Pfingsten. So ist das halt bei manchen Behofen. Aber Nutten müssen am Wochenende auch arbeiten und zu Pfingsten. Da sagt auch keine ORDA, Mädels. Na ja, das können die sich da auch aussuchen, oder? Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also wenn es gesittet und mit rechten Dingen zugeht, dann schon. Dann ja. Wenn die allerdings einen schmierigen Luden mit dem Freesee haben, dann wird aber angeschafft hier. Zeit kostet Geld und das haben wir nicht. Oder ist ein Tunnel. Ich sollte vom Gas runtergehen. Das ist nämlich nachts. Da sehe ich die Blitzer so schlecht. Aber genau hier ist keiner. Na toll. Hätte ich auch durchrasen können. Ja. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, das sieht doch grad akzeptabel aus, was ich hab gesagt habe. Jawoll. Geschafft. Ich hab's geschafft. Annehmbar bin ich gefahren. Na toll. Krieg gleich 4.000 Euro abgezogen. Super. Judy. Judy. Du bist fertig, ich bin fertig, oder hast du schon wieder was Neues? Nee, Moment nicht. Jetzt musst du noch eine Minute was erzählen. Na klar. Wer ich oder du? Du. Inke. Ah. Nee. Warum nicht? Ach, ich kann das nicht so auf Krampf irgendwas erzählen. Ich fahr jetzt in die Werkstatt erst mal. Hab ja genug kaputt gemacht. Wie soll ich denn bitte hier durchpassen? Ja, irgendwie geht das schon. Wie? Ich kann von der Seite gar nicht in die Garage, äh, in die Werkstatt. Oh. Jetzt muss ich einmal um diesen Block hier fahren. Oh, meine Güte. Oh, wir sind am Aufnehmen, ne? Ja. Ah, nee. Um 5 Uhr hat sie mich geweckt. Ja, 5 Uhr 7. Eiskalt ignoriert hat er mich. Er hat mir nicht mal geantwortet. Böser, Freezy. Böser. Hab er gesehen, ich denke, pff. Nee. Nee. Der nicht. Böde Kuh hab ich gedacht. Die spinnt wohl. Tja, so ist ja die Püppi. Ach, es regt jetzt schon wieder. Ist ja was ganz Neues. Oh, die Hunker-Kar ist ein Level aufgestiegen. So, ich wäre dann soweit. Ja. Du auch? Jupp. Dann noch einen schicken Tag und bis demnächst. Adios.